Den berühmten grünen Daumen habe ich leider, leider nicht. Aber das hindert mich ja nicht daran, Gärten zu meinen Lieblingsorten zu machen. Und einer meiner absoluten Lieblingsgärten ist eben der Botanische Garten in Braunschweig. Nicht nur, weil er in rund 300 Meter Entfernung in wenigen Minuten zu erreichen ist. Er gehört wirklich zu den schönsten Botanischen Gärten, die ich kenne. Es gibt größere, es gibt üppiger Ausgestattetere. Aber unser hier, der ist nicht allzu groß, aber er ist wunderschön. Und es lohnt sich eigentlich wirklich jeden Tag während der warmen Jahreszeit und auch später im Herbst und im Frühling sowieso, dort hinzugehen. Und was ihr hier seht, das sind wirklich Augenblicke, die ich in wenigen Tagen mit der Kamera einfangen durfte. Vielleicht alles in allem war ich da eine Stunde oder anderthalb unterwegs. Viel Spaß damit!